Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Herabsetzen, Schmähen, Beleidigen, Sprache und Invektivität. Wir wollen uns heute mit Metainvektiven Debatten beschäftigen. Eigentlich ist ja das, was wir im Seminar bisher die ganze Zeit gemacht haben, auch eine Art von Metainvektivität, in dem wir eben über Invektivität geredet und diskutiert haben. Nun ist aber die Wissenschaft natürlich nicht die einzige Domäne, wo sowas stattfindet. Wir finden Metainvektive Debatten auch sozusagen draußen in der Gesellschaft und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Invektivität und Metainvektivität, dazu zunächst mal zur Veranschaulichung ein Beispiel, eine Ausgangsbeobachtung sozusagen. Wir haben im Seminar schon verschiedentlich von Hate Speech und von Hassrede gesprochen. Und wenn wir mal schauen, wie dieses Wort verwendet wird, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch draußen im Diskurs, dann finden wir, dass es ein Stigma-Wort ist, wie es die Politolinguistik nennen würde. Also ein Wort, das wir nutzen, um etwas negativ zu bewerten, um einen bestimmten Kommunikationsmodus negativ zu bewerten und um auch die Inhalte zu stigmatisieren und vor allem auch um die Nutzenden zu kritisieren. Es ist eben kein neutrales Label, sondern etwas, was wir ganz gezielt zur Abwertung nutzen. Und das ist etwas, was wir ganz häufig sehen können, dass sozusagen das Urteil, dass etwas unter Hassrede fällt, selbst als Angriff, als Kritik wahrgenommen wird. Mal ein Beispiel. Die Friedrich-Ebert-Stiftung macht regelmäßig Umfragen zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und eine Frage oder eine Aussage, die den ProbandInnen vorgelegt wird und die sollen dann zustimmen oder eben nicht zustimmen, ist das hier. In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Mir kommt es auf die Formulierung, als Rassist beschimpft werden. Das ist ja interessant. Wir würden sagen, Rassisten selber machen sich sozusagen der Beschimpfung schuldig, aber als Rassist bezeichnet zu werden, wird von vielen wiederum selbst als Beschimpfung erfahren. Und übrigens sind es immer erschreckend hohe Prozentzahlen. Zuletzt waren es 55 Prozent, die dieser Aussage hier zugestimmt haben. Wir können also sehen, die Thematisierung des Invektiven hat selbst eine invektive Dimension. Wenn man uns vorwirft, invektiv gehandelt zu haben, ist dieser Vorwurf wiederum selbst invektiv. Und diese invektive Dimension des Metainvektiven, könnten wir sagen, wird dazu genutzt, soziale Ordnungsvorstellungen entweder kritisch zu thematisieren oder als hegemonial erscheinen zu lassen. So die These von Joachim Charlotte und die wollen wir uns heute erschließen. Wenn wir das Metainvektive untersuchen, wie Charlotte das vorschlägt, dann bieten sich verschiedene Analysedimensionen an, sozusagen verschiedene Granularitätsstufen oder verschiedene Zoom-Einstellungen, was wir in den Blick nehmen können, wenn wir uns mit Metainvektiven Thematisierungen beschäftigen. Zunächst mal, das hier ist immer interessant und damit könnte man sozusagen anfangen, was sind eigentlich die zeit- und kulturspezifischen Extensionen des Invektiven? Also was gilt in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit eigentlich als Invektiv und was auch nicht? Und das können wir elegant ablesen an solchen Metainvektiven Debatten, gerade auch da, wo es möglicherweise strittig ist. Interessant ist auch, auf welche Kommunikationsmodalitäten und Aspekte wird eigentlich Bezug genommen, wenn wir etwas Metainvektiv thematisieren. Ich mache mal ein paar Vorschläge. Die Absichten der Sprechenden, die Zeichen, die sie verwenden, die Höflichkeits- und Anstandsregeln, die gelten zu einer bestimmten Zeit. Das Medium, in dem man sich äußert. All das sind Dinge, die relevant gesetzt werden, auch in der alltagssprachlichen Diskussion über Invektiven und welche das jeweils sind. Das verändert sich auch tatsächlich in der Zeit und je nach Domäne und an solches ist es interessant, herausgearbeitet zu werden. Interessant ist auch, wie Metainvektive Äußerungen begründet werden. Das spielt natürlich rein in die, mit der zuvor genannten Analyse-Dimension. Also wir können zum Beispiel sagen, naja, wenn eine Äußerung doch einfach eine, eine, eine richtige und korrekte sachliche Abbildung der Wirklichkeit ist, dann kann sie nicht Invektiv sein. Solche Äußerungen finden wir manchmal in Metainvektiven-Debatten und um solche Argumentationsmuster würde es dann gehen. Und schließlich, und das wäre das Allgemeinste, auch das Abstrakteste und bestimmt auch das Schwierigste, welche sozialen Ordnungs- und Normalitätsvorstellungen werden in Metainvektiven-Debatten eigentlich aufgerufen? Also, wir haben besprochen beim Thema Priorisierung, dass bestimmte Diskriminierungsformen Normalitätsvorstellungen aufrufen und die werden natürlich auch thematisiert, wenn wir etwas als diskriminierend kennzeichnen, ja, welche, auf welche Privilegien berufen wir uns oder sind überhaupt die Berufungen auf Privilegien relevante Argumente in Metainvektiven-Debatten, ja. Sie merken also, es wird wirklich Meta und auch sehr abstrakt, aber ich hoffe, dass ich es jetzt anhand von Beispielen ein bisschen klarer machen kann. Eine wunderbare Quelle in dem Zusammenhang ist meines Erachtens gutefrage.net. Da können Sie mal das N-Wort eingeben. Ich habe es jetzt hier jeweils geschwärzt oder durch Sternchen getilgt, aber unter dieser URL können Sie es sich im Original gerne mal angucken. Eine Frage lautet, warum ist es rassistisch, einen Schwarzen einen N zu nennen? Sagen doch alle. Also zunächst mal, dass das ein Argument ist, dass das alle sagen, ist schon mal interessant für die Idee von Invektivität, die hier zum Vorschein kommt. Und eine Antwort lautet so, weil es immer Menschen gibt, die einem sofort hinter allem eine Beleidigung unterstellen. Sie sehen also, das ist hier eine, hier wird wiederum der Invektive Gehalt der Metainvektiven Thematisierung explizit gemacht. Hier wird von Unterstellungen die Rede. Und dann heißt es für mich, es ist ein normales Wort, aber es gibt dann auch Politiker, die es gesetzlich verbieten. Also hier wird diese Topos aufgemacht, dass es so etwas gibt wie eine Sprachpolizei. Ja, und dann heißt es dann, heißt dies anders als schwarzer, lateinisch Niger, schwarz, also dass die Etymologie angeblich relevant sei. Und dann wird hier auch noch auf das Lieblingsbuch Zehn kleine N-Line Bezug genommen, dass sogar die Liebe zu stark Dunkelpigmentierten fördern könne, heißt es. Und das Buch ist ein Klassiker und das dürfe nicht verboten werden. Ja, also hier sehen wir, welche Ordnungsvorstellungen auch hegemonial gesetzt werden, was als normal gilt und dass es auch solche Dinge gibt wie Klassiker-Status, die eine Relevanz haben in Metainvektiven Debatten, die über zum Beispiel den verletzten Gefühlen der Betroffenen steht. Ja, all das sind Dinge, die man hier herausarbeiten kann. Interessant ist auch hier, das Wort Nigger ist eindeutig eine Beleidigung und sollte keinesfalls genutzt werden. Das ist auf jeden Fall Rassismus. Also es wird schon zugestanden, dass es so etwas wie rassistische Beleidigungen gibt, aber das N-Wort, hier habe ich es vergessen zu schwärzen, Entschuldigung, zählt nicht dazu. Bei Interesse schauen Sie gerne mal rein. Ich möchte aber für unseren Kurs gerne ein anderes Beispiel heranziehen. Die Hurensohn-Debatte. Aus dem Thema, aus dem Bereich des Fußballs kommt das Beispiel. Es gab vor etwas mehr als einem Jahr eine große Debatte im deutschen Fußball rund um das Wort Hurensohn. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das hier ist einer der Steine des Anstoßes sozusagen. Sie sehen hier Dietmar Hopp. Das ist ein Fußballmäzen, der sehr viel Geld investiert in einen bestimmten Klub. Und das hier sind Fans von Borussia Dortmund, die eine lange Fanfeindschaft hegen mit dem anderen Klub Hoffenheim. Und hier wird also Hopp im Fadenkreuz dargestellt. Und dann heißt es hier auf dem Banner Strafverfahren, Hausverbote wegen den beleidigten Gesängen. Was soll die Scheiße, du Hurensohn? Der Hintergrund ist der, dass Borussia Dortmund-Fans immer wieder Dietmar Hopp beleidigt haben auf Bannern mit Gesängen und so weiter. Und Dietmar Hopp hat dann immer mit Strafanzeigen reagiert. Und das wird kritisiert von den Dortmund-Fans, die das zurückweisen und sagen, unsere Äußerungen sind Ausdruck von Fankultur und fallen sozusagen gar nicht in den Gegenstandsbereich von juristischen Urteilen. Auch das ist natürlich schon wieder eine interessante, invektive Aussage, dass es sowas gibt wie fankulturelle Beschimpfungen, die nicht gemessen werden dürfen an üblichen juristischen Standards. Wegen dieses Plakats haben Dortmund-Fans dann eine Strafe erhalten, eine sogenannte Kollektivstrafe, nämlich allen Dortmund-Fans, nicht nur denjenigen, die hier die Plakate hochgehalten haben, wurde ein Hausverbot erteilt in Hoffenheimer Stadion für zwei Jahre oder länger sogar. Und daraufhin gab es dann in anderen Stadien auch Protestaktionen, zum Beispiel hier in der Folgewoche dann, in der Folgewoche dann nach dem Urteil, hier von Gladbach-Fans, da heißt es hier, Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft. Die Farbgebung ist hier von Bedeutung. Sie finden hier nämlich in Gelb die Dortmund-Fans, ja, denn Gladbach-Fans sind mit Dortmund-Fans auch verfeindet, aber hier haben wir sozusagen eine rituelle Beleidigung, die spielerisch ist und, ja, wie soll man sagen, eine Beschimpfung, die gewissermaßen zur Ehre gereicht, weil sie in Wechselseitigkeit geschieht, ja. Also die Dortmunder Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn, nämlich Dietmar Hopp, ja, das wird also bekräftigt, dass er ein Hurensohn ist und sie werden dafür vom DFB bestraft, die gleichfalls Hurensöhne sind. Tolles Banner, einfach interessant, in welchen vielschichtigen Bedeutungsebenen hier gearbeitet wird. Wegen dieses Banners und auch wegen dieses Fadenkreuzplakats gab es dann ein Spiel, eine Spielunterbrechung im Stadion. Sie müssen wissen, dass einige Tage zuvor es die rassistischen Mordanschläge in Hanau gab und der Stadionsprecher hatte dann gesagt zu den Fans, in Rücksichtnahme auf die Opfer der rassistischen Anschläge, die ja gezeigt haben, wohin Hetze führt, fordern wir alle auf solche Hass-Symboliken zu verzichten. Und diese Einordnung ist auf große und harsche Kritik gestoßen bei den Fans, die sich auf Twitter wie folgt geäußert haben. Sie sagen, das Banner war Kritik an Hopp, dem DFB und der Strafe dieser Woche. Die Fadenkreuzgrafik ist das Symbol, wegen derer die Strafe gegen den BVB ausgesprochen wurde und der Stadionsprecher stellte das alles falsch in einen Kontext mit Hanau. Also die Beleidigungen, die hier ausgesprochen wurden, die werden hier rückwirkend gerahmt als Kritik, als legitime Kritik, etwas, was auf gar keinen Fall auf eine Stufe gestellt werden darf mit Rassismus. Und Sie sagen dann auch hier nochmal, wird es nochmal genauer ausgeführt, da hat sich dann nämlich ein anderer User kritisch zu Wort gemeldet und meinte, wieso Fadenkreuz ist doch eindeutig ein Instrument, was man braucht, um jemanden zu erschießen. Und dann sagen Sie, ignoriert er die Tatsache, dass die Grafik nicht ein bloßes Fadenkreuz, sondern eine Anspielung auf eine Dortmunder Aktion war. Also auch hier wieder interessante meta-invektive Aufladungen. In München gab es ganz ähnliche Hurensohn-Plakate. Und Sie sagen dann hier, die verantwortliche Fangruppierung bei der Wortwahl handelt sich nicht um unseren üblichen Stil, sondern um einen eindeutigen Bezug zu dem sanktionierten Spruchband der Dortmunder. Eine bloße Beleidigung in Form von Spruchbändern oder Gesängen mit rassistisch motivierten Taten zu vergleichen, ist schlichtweg schwachsinnig. Verharmlosung und Verhöhnung von Opfern tatsächlicher rassistischer Anfeindungen und Gewalttaten. Es war nämlich so, dass die Spiele, wie gesagt, unterbrochen wurden. Und da wurde verwiesen auf den Drei-Stufen-Plan der UEFA, welche sagt, welche vorgibt, dass bei Vorfällen von Rassismus, von Diskriminierung, von Hetze Spiele unterbrochen werden können. Und diese Regel griff dann aber nicht wegen Rassismus, sondern weil hier ein Milliardär beleidigt wurde. Und das wird eben zurückgewiesen. Interessant ist ja, dass dann, dass diese Gleichsetzung als schwachsinnig beschrieben wird, was ja wiederum auch eine Beleidigung ist. Und hier wird den Verantwortlichen also Verharmlosung und Verhöhnung von Opfern vorgeworfen. Und auch das wiederum hat ja kritisches invektives Potenzial. Also Sie sehen, jede meta-invektive Äußerung hat hier auch selbst invektives Potenzial. Und interessant ist nun, das haben wir schon gesehen an den Twitter-Reaktionen und an den Stellungnahmen, dass das, was in den Stadien passiert, ja nicht nur in den Stadien verbleibt, sondern es gibt jede Menge digitale Medien, wo das Ganze auch dokumentiert und thematisiert wird und dann auch weiter diskutiert wird. Zum Beispiel gibt es hier dieses Faszination-Fankurve-Forum. Es gibt jede Menge YouTube-Videos. Und dass das auch absichtlich ist, dass das dann im digitalen Raum weitergetragen wird, können wir hier sehen, das ist ein Union Berlin-Fanaktion gewesen, Hurensohn, wiederum das Fadenkreuz und dann gleich schon die URL mehr auf hh04, wo dann eine begleitende Stellungnahme mitzulesen war. Ja, wir können sehen an solchen Fällen, dass das Stadiongeschehen im Digitalen sichtbar gemacht wird, ein Archiv gemacht wird und so hat das Heike Greschke formuliert, es stellt reflexive Bezugspunkte für Anschlusskommunikation bereit. Ja, und deswegen kann man gerade im Netz hochinteressante Metainvektive-Debatten vorfinden und die wollen wir uns nachher gemeinsam anschauen mit Bezug auf die von Charlotte genannten Analyse-Dimensionen. Darauf freue ich mich. Wir sehen uns im Kurs. Ciao.